Hallo meine lieben Freunde zu einem neuen Part von Halfzone. Diesmal, nachdem wir den Grim Guzzler mit viel Geschrei und Qual geschafft haben, versuche ich nun die Heroic Dark Iron Arena zu schaffen mit diesem zusammengestellten Priester Deck. Ich hoffe, das dauert nicht so lange wie der Grim Guzzler, weil hier habe ich echt schon viel mehr richtig. Mal schauen. Und Bernie ist auch so nebenbei dabei. Yo, ich verbiere gerade auf Just Random. Äh, der Heroic Cross. Ja, das ist auch der Grim Guzzler. Äh, ja. So, was blöd ist, zwar kann man im Fast Game ganz gut losgehen, aber er kann halt jeden Zug instant sich 1-1 einzogen. Und das wird er auch tun. Weil es für nur eine Mana, wieso sollte er nicht aktivieren? Er wird nun jeden Zug immer 1-1 einzogen. Immer wieder. Das ist ziemlich nervig. Wird bestimmt ziemlich nervig. Ah, aber dann haben wir direkt eine Northshire Cleric. Und das ist gut. Und 15 Arme natürlich, wie jeder Heroic Boss ihn hat. Und er startet direkt mit 3... Was? Er startet direkt mit 3 Mana? Also, wir sind die in den letzten Maiser. Das ist ja auch der Tag mit 3 Mana. Das ist ja auch der Tag mit 3 Mana. Und das ist ja auch der Tag mit 3 Mana. Ja, das ist ja auch der Tag mit 3 Mana. Fick dich. Ja, natürlicher 3 Mana kann richtig... Ja, natürlicher 3 Mana. Ja, das ist jault. Alter, das geht ja wieder toll los, man. Das geht echt, man. Ich bin froh. Ja, wie gesagt. Oh, und mir fehlt ein Mana, dass ich King Muggler hätte töten können. Wenigstens. Wenigstens kann ich mir die Akkadroh holen. Meine Güte. So eine Scheiße. Hoffentlich geht King Muggler's Face. Wenn du mit den Augen hast, wenn du ein Twins Warglades hast. Natürlich nicht Illidan Stormrage. Du bist nicht vorbereitet. Ich kann dich an. Ich bin fast. Ja, ich bin fast. Ich bin fast. Ich bin fast. Die Vorbereitungen. Toschli? Umfang ist Toschli. Ah, AGBG Legende. Mal schauen, was man da braucht. Ah, gegen nuclear. Super. Ja, Alakir! Oh. 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 Natürlich geht diese Alakir nur gegen mich. Was ist das? 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 Die ist das? Was ist das? Das.. Es war mir klar, das steht nicht direkt im Ich weiß jetzt nicht ob es so schlau ist, Jorki, ein Soulbreeze rauszuholen. Aber da ich eh verloren habe. Ja, hast keine Chance. Definitiv kann ich es nicht direkt angreifen. Weißt du, hätte ich mir nicht 7 Schaden gegeben, dann hätte ich jetzt noch eine Chance. Oh, aber es ging schon okay. Nur das würde, dass er startet mit 3 Mana, das finde ich schon ziemlich unfair. Das heißt, er spielt mindestens gleich in der Lige aus, fast. Natürlich, er konnte direkt was drauflegen. Wie macht man jetzt das X beim Deck hin? Also wenn man zu wenig Karten hat, dann kann man das nicht spielen. Ja. Wenn man nicht 30 Karten im Deck hat, darf man das nicht spielen. So, Schiff 26. So, das macht mich so verzeihwichtig jetzt ein Bier. Darf du da schon? Ja, darf ich. Ja, darf ich. Ja, er hat schon 4 Mana hin. Die größte Legenden von Azeroth. Versus eine einzigartige Abenteuerung. Das ist eine kleine Abenteuerung. Halt deine Hände zusammen. Für die Skeletanin in der Dress. Bloodmaid Thalnos. Ich würde mich da an ihrbeklassern. Nein, es ist nicht sieder. Hahahaha. Ich könnte dich mitmachen. Nein, ich könnte dich. ... ... ... ... ... ... ... Hätten wir jetzt, macht er sein zum 5-5? Ja! Hahaha! Perfekte Szenario! Lappen! Lappen! Ich hoffe, dass ich keine großen Zauber habe, um ihn jetzt in den Arsch zu ficken. Lappen! Lappen! Das wäre cool, wenn ich eine Sylvanas übernehmen könnte und dann... ...und dann... ...und dannboo... ...und dann zu spill... ...und dann und zu spüren... ...und dann... Er ist eigentlich schon längst weg und ohne 4 Mana direkt, er ist eigentlich schon längst weg, aber naja. Oh, das sehe ich nicht, dass er nicht gekillt wurde. Ach, Sylvanus ist da gerade so schön gesilenced, die lasse ich mal am Leben. Ich hätte wohl diesen hesslichen Affen. Ach, dann haben wir... Ne, ne, das setze ich noch nicht an. Das setze ich noch nicht an, das gewählt schon viel schlimmer. Ja, flammt die Wärze. Ja, das war eben schlau, dass ich es gehalten habe. Weil die stirbt jetzt eh. Ich weiß nicht, soll ich ihn am Leben lassen? Er tötet alle Dinger, die er... Ne, mach ich nicht. Mit der Arkham Asokris kann ich immer jetzt jede Incoming Crowd vernichten. Ich weiß nicht, wie er seine ganze wertvolle Hand wegschmeißt. Weißt du, genau da, wo ich mich entscheide, dass ich das wegschmeiße, kommt er und lässt mich direkt bereuen. Und ich kicke. Oh mein... ...Gedness. Ich kicke. 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 Das ist noch einmal. Nein. Wenn ihr Spieler hat vier oder mehr, er hat nur noch drei. Ich kicke. Da Voodoo! Da Voodoo! Da Voodoo! Da Voodoo! Nice, aber ich schmeck's noch. Jetzt kann ich es noch mal besuchen. Wer? Wer? Jetzt bekomme ich ne crowd, ne jeering crowd. Dann bin ich aber ziemlich pissed. War das nicht offensichtlich? Ich wusste, dass das passieren wird. Ich wusste es einfach. Das ist so ein Bullshit, man. Fucking Bullshit. Jetzt hast du keine Chance mehr. Weil Deathwing kann ich jetzt töten. Hier kam der Voodoo! Und echt? Ist auch das so? Aber ich wusste es schon nicht. Oh, du musst dich also nicht aufwenden. O... Ah... ... ich will mich nicht vorerst. Der Wettbewerb ist ein ganzes Wettbewerb. Der Wettbewerb ist ein ganzes Wettbewerb. Streich von Neue Tinkertown, bitte willkommen der Leiter Gnomekind, Galven Megatarn! Oh, ein Mightyen Megatarn! Ha, 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 ich noch nicht verhalte. Das war die Beamer. Oh je, was die BOOM! Ah nice, er wurde gepusht. Das heißt, er überlebt die Jiren Crowd. Super. Ich hab immer noch eine Chance. Jetzt ist meine Chance auch noch gestiegen. Okay, ich kann es sogar schaffen. Sollte ich den Circular Feeling jetzt einsetzen? Ich glaube, das ist das Schlauße. Pfff, gut, dass er so eine billige gezogen hat. Ich bin immer noch im Rennen, ich bin immer noch im Rennen, ich bin immer noch im Rennen. Ah, da zieh ich. Ich bin immer noch im Rennen. Ich bin immer noch im Rennen. Jetzt ist er gleich in einem meiner. Ich bin immer noch im Rennen. Es ist der Elemental Lord, der liebt, die Insekten, Alakir! Komm mir, mein Kommand! Ich werde dich nehmen. Wie geht es, ist das spannend. Gut, ist das spannend. Wie geht es, der Versteigungsstück? Das ist nicht gerade die heftigsten. Ich weiß nicht, dass er doppelt zieht. Natürlich hat er doppelt gezogen. Es ist das Mowgar, der Ogre. Häh-häh, ob es den Gleiser war. Schade, dass er 6 Leben hat, sonst hätte er mal ein Holy Fire da machen können. Ah, natürlich! F**k! F**k, 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 f**k Wenigstens würde ich einen Faceset direkt überleben, Alter Diese O-Gehre Jetzt noch eine Holy Nova perfekt F**k, das gleiche Hä? Das gleiche Tja Warte, ich habe doch den Einfuhrer gesilenced, oder? Ja, passt. Okay, gut. Dann konzentrieren. Oh nee, ich glaube, ihn muss ich jetzt silenzen. Sonst würde Thaddeus kommen. Ja, natürlich. Fuck you. Oh, cool. Ich wünsche sie jetzt mal einen Mind Control oder so. Mein Deck ist auch gleich alle. Hahaha, hat sich selbstzeitig gefällt. Geil. Okay, der geht echt lang so aus. Gibt's auch nicht. Ich würde das Leben von denen alles restauren. Oh, ich mache jetzt aber Akku. Huff Prince. Haha, Foot Prince, Hoof Prince. Jetzt kann er aber Circular Feenig machen, bitch. Oder das dann. Ist besser. Oh mein Gott. Ich will Mind Control. Ich hatte doch eine zweite. Ich habe nur noch vier Karten, man. Jetzt können doch nur Unnetze kommen. Ja, sauber. Ja. GG, nee. Haha, GG, nee. Soll ich den Spectator lassen oder nicht? Oder eine Circle of Healing einsetzen? Nee, das wäre eher demnich. Weil dann könnte er direkt den nächsten Zug the Beast besiegen. Ich glaube, ich mache einfach nichts. Ich glaube, ich mache einfach nichts. Ich glaube, ich mache einfach nichts. Wenn er beide Leben lässt, dann werden wir uns fest. Oh mein Gott, jetzt hat er voll Spotswam. Mein Gott, ist das spannend. Haha. Oh mein Gott, jetzt hat er voll Spotswam. Und ich habe nur noch zwei Karten. Ich habe auch keine Auken, alles so gut. Ich komme nicht mehr durch, weißt du? Eigentlich, ich brauche jetzt die Kraft. Um aufs... Um aufs Face zu gehen. Um aufs Face zu gehen. Yes, Holy Nova. Das brauche ich. Mein Gott, jetzt kommt ein Multikill erstmal. M-m-m-multikill. Ja, gewonnen. Yes. Second try, glaube ich. Oder? Yes. Easy. Oh, und da stürzt direkt Halfzone ab. Geil. Weißt du, Halfzone kommt nicht damit klar, dass ich gewonnen habe. Aber scheiß drauf. Dann verabschiede ich mich eben mit meinem schwarzen Bildschirm. Haha. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dann. Und das war's. Sag ciao, Bernie. Ciao. Oh. Bernie stirbt gerade.